Heiliger Vater, bei dir sind alle Dinge möglich. Du zeigst uns einen anderen Weg, wenn wir dem Heiligen Geist unsere kleine Bereitwilligkeit geben, die ihn befähigt, jede Situation zu seinen Zwecken zu nutzen und sie mit seiner Macht auszustatten. Lass uns jetzt auf deine Stimme hören, damit wir unseren eigenen inneren Lehrer finden. Denn ein ungeschulter Geist kann nichts bewirken. Mögen wir anderen Geistes werden, hin zur wahren Wahrnehmung, die keinerlei Grenzen hat. Du bittest uns, alle Urteile loszulassen und deine wahren Gedanken anzuwenden für die eine universelle Erfahrung. Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Heiliger, geliebter Vater, danke dafür. Amen.